Bundespräsident Van der Bellen sorgt mit seiner Antwort, was er jungen Menschen zur Teuerung sagt, für heftige Diskussionen. Mit einer Inflationsrate von doch 9,3 Prozent ist für den Monat Juli die höchste Teuerungsrate seit Februar 1975 gemessen worden. Stärkste Treiber der Inflation sind ja nach wie vor die Treibstoffpreise, allerdings stagnieren diese Preise auf einem hohen Niveau. Dafür gab es spürbare Preiserhöhungen bei der Haushaltsenergie und in der Gastronomie, wie die Statistik Austria und zwar am Donnerstag bekannt gab. Der wöchentliche Einkauf ist ja ebenfalls deutlich teurer geworden. Der Preisanstieg des Minivarenkorbs war im Juli mit 19,1 Prozent mehr als doppelt so hoch wie die allgemeine Inflation. Der Mikrowarenkorb, der doch auch Tageszeitungen und Kaffee im Kaffeehaus enthält, und den täglichen Einkauf widerspiegelt, stieg im Jahresabstand um 10,4 Prozent. Also für viele Menschen wird das Leben unleistbar. Und besonders auch junge Menschen ohne Einkommen leiden darunter. Auf die Frage, was Van der Bellen gerade jungen Personen in Bezug auf die Teuerung rät, antwortet Van der Bellen, dass es für uns alle schwierig sei, Zähne zusammenbeißen. Es wird aber irgendwie gehen und damit sorgt er mit dieser Aussage für Kopfschütteln. Das heißt jetzt, Grazie Figur von Kaffeehaus, démonten in Bezug. WE ben Punkt. Vielen Dank.